Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast, der ist in Hongkong geboren, lebt aber mittlerweile in Heidelberg. Er ist Bodybuilder, Schauspieler und Unternehmer, was eine durchaus interessante Mischung ist. Wie das alles zusammenpasst, das kann er uns jetzt gleich am besten persönlich erklären. Hallo, Jackie Wong. Guten Abend. Jackie, wenn ich das alles hier sehe, das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Bodybuilder, du warst bei vielen Meisterschaften, werden wir gleich drüber sprechen, auch ganz weit vorne. Du bist Schauspieler, man hat dich in vielen Serien gesehen in Deutschland und noch Unternehmer. Wie kriegt man das alles hin zusammen? Man braucht nur Zeit. Ja, die braucht man viel. Die Zeit. Man braucht eine große Portemonnaie dazu noch, wenn man was einfließt, das Ganze. Und dann kommt die Zeit automatisch einfach. Ja. Und im Prinzip Schauspielerei, das ist per Zufall gewesen, wenn man von dem Thema schauen kann, die wir anfangen wollen. 1900 und, wie weiß ich mal genau, 92, 93, 94, da haben die in Heidelberg gedreht für eine Serie, der Mondschein auch für Untermieter, haben die gefragt, jede Studie gefragt, auch beim Fitzmaier, bei meinem Studium gefragt, gibt es da kräftige Burschen? Und dann habe ich gesagt, bei mir im Studio gibt es keine kräftige Burschen. Ich bin der Eigentümer, bin selber Profi da drin. Und dann habe ich gesagt, ja, schick mir doch einfach dir ein Foto rüber. Die haben in Leimann ihr Stadtzug gehabt, ein Foto geschickt. Und dann sagt sie, wir nehmen dich lieber dann. Okay. Und so ging es langsam los. Und dann habe ich die Serie mitgemacht, zwei Drehtage, und der Aufnahmeleiter, der auch dabei war, war in Berlin dann, bei die Straßen von Berlin, O7, und der hat mich weiterempfohlen. Weil die haben da für diesen Mafia-Film, diesen vietnamesen Mafia, Zigarettenhandel, da habe ich auch Asiaten sucht, der breit ist. Und der gibt es da so selten, kann man sagen. Stimmt. Und ich bin ja in Deutschland bekannt als der größte und stärkste Chinese. Und da haben die mich dann gecastet in Berlin, haben die mir auch Gedanken genommen. Und so ging es dann immer weiter. Bist du der Bulle von Tölz, der Fahnder, Aktenzeichen, XY, und, und, und. Lass uns nachher ein bisschen über die Schauspielkarriere sprechen. Ich würde gerne am Anfang anfangen. Du bist in Hongkong geboren. Das heutige Hongkong und das Hongkong zu der Zeit deiner Geburt kann man vielleicht gleich auch noch ein Wort verlieren. Was hat dich denn letztendlich dann von Hongkong nach Deutschland gebracht? Ich wohne in Fürth. Ist das ein Witz? Das ist ein Witz. Meine Eltern haben mich einfach mitgenommen. Da war ich sechs und eine halbe Jahre alt. Da haben die mich einfach mitgenommen. Und mein Vater war hier in Deutschland, ist 1958 gekommen, war Schneider für die Amerikaner, der Offiziere. Hat da die ganzen Smoking gemacht, Anzüge, Hemden und so weiter. Hat das Anzahlung gemacht, also das ganze Geld gespart. Und dann sind mein Bruder, meine Mutter und ich zu dritt 1961, Anfang einsetzt, nach Deutschland gekommen. Und da haben wir den ersten China-Restauern gemacht. Von Heidelberg. Tatsächlich. Das heißt jetzt heute Carré, aber damals ist es Menglerbau. Ja. Zu dem Architekten Mengler, der das gemacht hat. Ja. Aber das erste China-Restauern gemacht von Heidelberg. Aber warum habt ihr Hongkong verlassen? Das war damals, heute ja teilweise auch noch eine prosperierende Staat, eine Weltmetropole. Warum dann ausgerechnet nach Deutschland, um bei den Amerikanern Offizierskleidung zu schneidern? Die Eltern sind ja geflüchtet damals, die waren ja in Shanghai, sind in Shanghai geboren. Okay. Sind damals geflohen, bevor diese Bürger losgingen, Mao Zedong und Chang'e Chek. Ja. Dann sind nach Hongkong, es sind viele nach Hongkong oder nach Kanada. Und seitdem waren wir noch dort, mein Vater ist dann als erster rübergekommen nach Deutschland, hat er hier was aufgebaut mit der ganzen Schneiderei. Und dann hat er das Geld gehabt, die Anzahlung für dieses Restaurant zu öffnen. Ja. Ja, da war in Heidelberg noch kein China-Restauern. War deine Mutter Köchin? Nein. War eine sehr gute Hausfrau, aber eine sehr gute Köchin dazu noch. Ja. Und wir haben ja eigene Köchin gehabt. Und damals war es nicht so einfach wie heute, dass man damals sagt, komm, ich brauche einen Koch aus China. Damals muss jetzt so viel hinterlegt werden, die Auflagen, Kaution, Flugticket noch dazu, dass wenn der Mann nicht mehr hier ist, dass er wieder auf die eigenen Kosten zurückfliegen muss. War viel, viel, viel Arbeit dahinter. Ja. Und dann haben wir ein Restaurant gehabt, da haben wir später, das war dann eine Goldgrube da. Weil die ganzen Stars sind zu uns gekommen, von Familie Graf bis zu Hasselhoff, Gottschalk, Inger Meißel, alle die berühmten Jürgen Drews, waren aber uns als Stammgäste da zum Essen, oder? Und da haben wir dann später nicht nur einen Koch gehabt, wie am Anfang, da haben wir vier Küche gehabt. Und wir haben ungefähr sechs Kellner gehabt, büffelt jeder zu uns und so weiter und so weiter. Ja. Also war es richtig Goldgrube. Aber das war natürlich damals exotisch, das waren ja die Beginner, der Beginn der asiatischen Restaurants. Heute gibt es ja hunderte davon. Damals, damals war, da wurden viele Steine, überlegen wir uns, 16 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Deutschen kennen das nicht. Und was den Bauern nicht kennen, frisst er nicht. Ja, ja. Und die haben nur gesagt, geh nicht hin. Es gibt Hundefleisch, Schwalbennesterstube und so weiter. Ja, geh nicht hin. Das hat nur eineinhalb, zwei Jahre gebraucht, bis es richtig probiert. Und der kleine Jackie, der ist da zwischendrin rumgesprungen dann im Lokal? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, mein Vater war sehr streng. Das ist ein Restaurant, da kommen keine Kinder. Okay. Also wir durften dort putzen gehen, aber nicht im Restaurant offen machen. Ja. Das ist vorher, bevor wir offen waren. Da haben alle mitgeholfen. Das ist klar. Personalkosten, das weiß ja jeder im Prinzip. Das ist nicht so einfach. Und das haben wir selbst alle. Ich fand meine Mutter, meine Mutter und meine Oma kam dann noch dazu später. Dann haben wir einen anderen Bruder. Das haben wir alles selbst gemacht. Und das Restaurant habt ihr irgendwann aufgegeben, die Familie? Mein Vater hat es aufgegeben, 1983. Da hatte ich aber das Studio schon gehabt. Ja. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht auf zwei Hauptzeiten fahren. Weil ich weiß genau, wie schwierig das ist, in einem Gastronomiebereich Personal zu kriegen. Ja. Also mache ich nicht. Bleib bei meinem Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bin da geblieben. Okay, mit Erfolg noch. Du hast, wie du gerade angedeutet hast, 1980 das Studio aufgegeben. Du hast es, glaube ich, 28 Jahre, nee, 38 sogar, oder? Nicht 1980, sondern 2017. 2018 anfangen. 1980 war die Eröffnung. Ja, meine ich ja. Aber du hast es lange besessen. Also ich war verheiratet. Ja. Im Studio, sieben, drei Jahre. Das hält keine Ehe manchmal aus. Das stimmt. Sieben, drei Jahre lang habe ich das Studio gehabt. Dann habe ich verkauft an die Kompanie Werner Vizemeyer und Stefan. Und ich habe Glück gehabt. Weil? Weil Corona gekommen ist. Ach so, ja, stimmt. Natürlich, klar. Die Studios haben ja auch alle gelitten darunter. Ich habe sehr viel Glück gehabt da. Ja, das stimmt. Da habe ich insolvenz gegangen. Und jetzt auch die anderen auch die Kleine nehmen. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du das Studio eröffnet hast? Warst du damals schon schwer dran an den Maschinen? Hast dein Körper schon stark gemacht? Nein, ich habe mit elf angefangen, Kampfsport zu machen, Dekwando. Und ich wollte ja in den Mönch, wo ich gehen. Mein Vater war mit mir auch dort in der Botschaft, Chinesische. Die haben mich nicht genommen, weil ich war für die zu europäischer. Also nein. Da habe ich aber hier Kampfsport gemacht. Und ich habe dann praktisch 1975 durch meinen Mentor auch, Professor, habe in Hongkong auch meine Chiropraktik gelernt. Akupunktur wollte ich nicht machen, Akupunktur, weil ich halte nicht sehr viel davon. Und dann habe ich das Kampfsport gemacht und da gemacht und dann praktisch hier. Ich dann erst eröffnet, weil ich konnte ja schon einiges mit Chiropraktik anzufangen. Nur habe ich nicht gedacht, dass ich im Studio habe, die Zeit gerade nicht mehr zuzuhaben, Chiropraktik zu machen. Weil für die Chiropraktik, die Behandlung brauchen wir ungefähr 45 Minuten bis 60 Minuten. Und wer wacht dann draußen? Ja. Also es ging gar nicht. Ja. Und dann habe ich das Studio aufgemacht und habe gesagt, jetzt habe ich Wissen. Aber das Wissen kommt ja mit der Zeit. Jahr für Jahr. Ich habe, wenn man so ein bisschen recherchiert zu dir, dann habe ich herausgegeben, Diplom-Sportlehrer für Taekwondo. Für Sport und Kampfkunst. Kampfkunst. Da gibt es ein Tongshau, ist das richtig? Tongshau bedeutet praktisch. Und das ist eine alte Art von Chodokan. Heute Chodokan heißt praktisch Karate. Das ist uralt. Damals gab es nur drei große Meister mit rotem Gürtel. Und mein Meister war einer von den Meistern. Und der war mein Meister auch. Und bis zum Schwarzkurt auch. Ich habe Pekwondo-Schwarzgurt und Karate, also die Chodokan, auch Schwarzkurt. Okay, und das ist Tongshau. Sau, dann gibt es noch ein, entschuldige, ich spreche wahrscheinlich komplett falsch aus, aber Wing Chun. Wing Chun, das ist die klebende Hand. Das hat eine Frau erfunden damals. Das heißt, die klebende Hand. Das heißt, man bleibt immer ständig bei den Körpern an einem anderen dran. Das ist wie klebende. Man klebt sich fest. Ja. So wie der Film Ibman, ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Welche? Ibman. Nee, nee. Und das ist dann praktisch, da habe ich auch nicht viel gemacht und wurde dann praktisch von der Zeitraum dann praktisch gewechselt zum Bodybuilding. Ah, okay. Denn da steht dann auch noch, du bist Kunstturnen, Reiten, Schießen, hast du auch alles gemacht. Gibt es denn irgendetwas, Jackie, das du gar nicht kannst? Alkohol trinken. Alkohol trinken. Grundsätzlich. Noch nie Alkohol getrunken. Okay. Noch nie geraucht. Das ist mein Erfolg heute. Ja. Dass ich mit dem Alter, was ich jetzt habe, so aussehe. Sollen wir dein Alter verraten? Kannst du ruhig verraten. Verratst du? Ja. Ich werde 68. Das ist dein Alter. Können wir mal direkt ranzoomen auf ihn. Geht das mal, dass man sieht, wie fit man sein kann mit 68. Das wäre ganz schön. Du siehst wirklich nicht aus wie 68. Das Kompliment muss man dir machen. Jetzt kommt der Wiss wieder. Tatsächlich. Nein, nein, nein. Es kommt kein Wiss. Oh, nein. Nicht den aus der Schublade. Der ist ja schon uralt. Er hat so einen Bart. Bis Frankfurt geht dieser Bart. Bodybuilder warst du dann. Du hast sehr viele Wettkämpfe bestritten. Du warst Mr. Hongkong 1996. Vizemeister Hongkong ein Jahr später. Vierter bei der Deutschen Meisterschaft 1994. Nun sagt man ja Bodybuilder nach, dass sie jetzt intellektuell vielleicht nicht ganz auf der obersten Stufe sind. Du meinst weit in den Horizont. Das hast du jetzt gesagt. Das gibt es überall. Ich habe es versucht vorsichtig auszudrücken. Ist das ein dummes Vorurteil? Nicht mal ganz. Es gibt schon viele, die da zum Beispiel sich tot dopen mit Anabolika und gehen nicht mal auf die Bühne. Die dopen sich zu, um hauptsache gut auszusehen. Und wenn du die nach ein paar Jahren siehst, dann haben die Haarausfall, die haben Akne, die haben Mammakarzinom, die haben alles was das geht. Die haben Herzprobleme, Leberprobleme. Und das ist nicht wert. Wenn die großen Stars, wie die ganzen heutige Zeit, wie die alle heißen, die haben ja mit anderen Mitteln zu tun. Und die wissen genau, wann die aufhören müssen. Oder jeder hat den, wie viel sie nehmen dürfen. Aber die heutigen Leute, die da trainieren, so ein Fitnessstudio, die denken einfach, ich nehme es einfach, ich bin noch jung. Ich kann es dir erlauben. Ich kenne so viele damals in der aktiven Zeit, die heute aussehen schlimmer als du. Schlimmer als ich noch. Das geht eigentlich kaum. Aber ich sage dir jetzt mal eine persönliche Geschichte. Ich erzähle es dir wirklich. Ich habe mal so einen Bodybuilder-Wettbewerb beobachtet. Wir haben einen Film darüber gemacht. Und ich habe mit einem Athleten von hier lange gesprochen. Habe ihn in drei Tagen immer wieder gefragt, nimmst du was? Und er hat gesagt, nein, nehme ich nichts. Und dann hat er mir gesagt, pass mal auf. Wenn der Wettbewerb rum ist, kommst du bei mir ins Studio. Ich gebe dir mal was mit. Hat er mir zwei Büchsen mitgegeben. Da stand nicht drauf, was es ist. Er hat nur gesagt, das nimmst du so, das nimmst du so. Auch Pillen dabei. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, ist schon ganz schön gefährlich. Aber ich habe es probiert. Nach einer Woche habe ich beim Training gemerkt, wie ich immer länger trainieren konnte, ohne dass Schmerzen kamen. Ohne dass ich müde wurde. Dann ist mir langsam klar, ich wusste nicht, was da drin ist. Ich habe es logischerweise dadurch abgesetzt. Habe auch gemerkt, durch das viel zu viel Training geht die Schulter kaputt, die eine. Der Schmerz war nicht da. Bist du nie in Versuchung geraten, deine Leistung mit eben, die Frage wirst du schon oft gehört haben, die Leistung zu steigern mit solchen Mitteln? Doch. Ich wollte es auch machen. Ja. Aber mein Vater hat zu mir gesagt, was nimmst du da? Was willst du da nehmen? Also dieses Präparat, wo die Muskulatur schnell fördert, zum Wachsen bringt. Dann sagt er, alles klar. Nimmst du das, dann bin ich nicht mehr dein Vater. Okay. Und dann habe ich es dann nicht mehr genommen. Und dann habe ich zwölf Jahre gebraucht, bis zu den ersten Titel. Also wenn du das Zeug nimmst, bist du schneller dort. Da bist du schneller. Da bist du in einem Jahr schon so weit, auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe zwölf Jahre gebraucht. Ich habe Zeit, damit ich das zu tun habe. Wenn man ein Restaurant mit den Eltern zu tun hat, noch in der Zeit. Also ich mache das so, wie der Vater sagt, weil meine Eltern sind für mich da. Dann kommt erst mal nichts. Dann kommt der Glaube auf, was die anderen Leute glauben. Und dann kommt was anderes dann noch. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich fasse das nicht an. So wie man rauchen auch. Ich rauche nicht, dann rauche ich nicht. Ja. Trinkt kein Alkohol? Trinkt nicht. Egal. Meine Mutter ist da kaum zum Sensoristen. Trinkt Sekt? Nein. Für mich nein. Ich bin da sehr konsequent. Ja. Und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich auch ein. Aber wenn du sagst, zwölf Jahre trainiert, bis zum ersten großen Titel, nun weiß man, was für Umfänge das sind, um da hinzukommen und so einen Körper zu kriegen. Das sind ja stundenlanges Training, fast jeden Tag, wenn nicht sogar tatsächlich jeden Tag. Wo nimmt man da die Motivation her für sowas? Weil mir geht es schon nach einer Dreiviertelstunde im Studio auf den Senkel. Wo kommen die Leute Motivation für Rauchen her? Ja. Sag mal, eine Woche kein Rauchen. Die drehen durch. Und das ist dasselbe auch wie im Sport. Wenn du da drin bist und du siehst, dein Körper verändert sich, zu guten, dann mach es immer weiter. Das ist dann hier drin. Ja. Und ich sage immer den Leuten, auch den Leuten jetzt auch, quäle deinen Körper, bevor er dich eines Tages quält. Ja. Das heißt ja, der Spruch, der rastet, der rostet ja. Da musst du was tun dafür. Und deswegen, bei mir ist diese Sucht, wie die Leute rauchen. Das wollte ich gerade fragen. Ist es eine Art Sucht? Weil man guckt sich ja auch im Spiegel an und sieht die Fortschritte dann auch. Das ist ja auch ein gewisser Grad von Narzissmus dabei, oder? Nein, wenn man sich das sieht. Nur Narzissmus. Tatsächlich nicht. Ist es so? Ist es so. Ja. Und es gibt auch bei vielen Leuten, was ich in Jahrzehnten erst gelernt habe, die Frage, nicht Frage, sondern ich möchte Idealgewicht haben. Wo fängt Idealgewicht an? Es gibt kein Idealgewicht. Es gibt nur Idealfigur. Wenn eine Frau zu mir kommt, die ist 75 Kilo. Und die wirkt später dann vielleicht 70 Kilo. Aber hat andere Form. Da ist es sekundär. Das Gewicht, was sie hat, interessiert sie auch nicht mehr. Ja. Sie sieht nur den Spiegel. Die Figur gefällt mir. Der Rest, scheiß drauf. Ja. Wenn ich sagen darf. Ja, ja, klar. Du darfst ja alles sagen. Bei uns darf man alles sagen. Wir sind völlig offen, liberal und was weiß ich noch alles. Aber zu den 12 Jahren sind auch viele Niederlagen dabei, die keiner sieht. Du siehst nur den Erfolg, den du gewonnen hast. Meinst du Niederlagen in Wettkämpfen oder Niederlagen im täglichen Training? Nein, im Training ist das aber nie auf dem Wettkampf. Du gehst hin, bereits froh wie die anderen auch, und gehst auf die Bühne. Sechs Finalisten kommen abends rein. Gehen alle raus. Bist immer dabei. Also fährst du kurz hin, zeigst dir ganz kurz. Und so musst du dann praktisch. Das ist dann Motivation. Du sagst, am nächsten Mal komme ich und will dann mindestens Finalist sein. Und so geht es noch ein Stück für Stück weiter. Ja, aber du hast ein eigenes Studio gehabt. Das war ja natürlich optimal für dich. Du musstest nirgendwo hingehen. Wann hast du denn dann trainiert? Du musstest ja auch die Geschäfte führen, das Studio. Ich habe so trainiert, zum Beispiel, ich ging morgens dann los, um halb fünf, fünf, auf nicht am Wagen, eine Stunde Fahrrad fahren. Die Kohlenhydrate rauszuholen. Das ist für viele Leute nichts. Die machen dann so, der spinnt doch. Und dann früh stehst du gut. Dann gehst du ins Geschäft, machst deine Sachen. Dann hast du vorgenommen, die Zeiten zu trainieren, wo dich keiner stören soll. Oder darf. Sag mal so. Und dann hast du deine Trainingsphase, Pause, machst du andere Sachen, was du dafür brauchst. Solarium, Posing, Stretching und so weiter. Und dann gehst du wieder los, nochmal Training. Und so verteilst du dann deine Zeit auf. Also wir haben damals trainiert, 3-1-3. Drei Tage Training, einen Tag Day Off. Und dann wieder drei Tage Training. Das heißt, musst du nur, um mindestens, um wachsen zu können, 72 Stunden Pause. Ah, okay. Natürlich regenerieren. Ja. Aber in den Muskelfasern, kommt immer mehr dazu. Ja. Kommt immer besser rein, der wird immer dicker. Und dann, die Ernährung ist wichtig. Wenn die Ernährung nicht stimmt, kannst du dich zu Tode trainieren. Ja. Das ist wie beim Abnehmen. Man denkt immer, mit mehr Bewegung wird man viel abnehmen. Dabei ist es das Essen, was entscheidend ist. Die Menge und was. Und mein Programm ist ein Umwandlungsprogramm. Nennst du das? Keine Diät. Ist man nicht irgendwo von Diät. Aber eine Umwandlung. Das heißt, der Kunde oder die Kunde, die abnimmt, mit der Zeit. Mit der Zeit. Wieder mit der Zeit. Das bedeutet, wenn sie innerhalb von ein paar Monaten 10 Kilo abgenommen hat, dann wird die Haut nicht hängen. Ja. Das heißt, die Haut ist der größte Organ. Der geht mit, wenn du dick wirst. Ja. Und wenn du schnell abnimmst, und deswegen will ich es vermeiden. Und deswegen meine Kundinnen oder Kunden, die haben alle festen Teil. Also deswegen erreichen, dass sie sagen, ich sage den Leuten auch voraus, ihr müsst Zeit nicht bringen. Nicht sagen, in drei Monaten will ich das und das, ich will Sommerurlaub machen, da und da. Das bringt nichts. Ja. Dann stoppt alles, dann sagst du, der ist ein schlechter Trainer. Das will ich noch erreichen, dass die Leute so trainieren. Jackie, bist du denn heute immer noch so verrückt nach den Handeln und den Gewichten? Oder sagst du jetzt im zarten Alter von 68, alles zu seiner Zeit, ich lasse es mal gut sein? Oder ist das so, dass du es, wie du vorhin sagst, wer rastet, der rostet? Ja, aber wo steht geschrieben, dass man mit 68 automatisch und psychisch aufhört? Nein, 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 das sage ich ja gar nicht. Der Kopf ist da. Der wird nie 68. Das stimmt auch, ja. Der wird nie 68. Der bleibt immer jung. Ja. Wenn du bei jungen Leuten, wenn du sagen, wenn du nur mit älteren Menschen zu tun hast, ja, dann nimmst du automatisch diese Gestiken an von den Leuten. Ja. Auch diese Gespräche. Aber wenn du ein Studio hattest mit jungen Leuten, da bist du immer noch dabei, weil wenn du es ein bisschen verfolgen kannst und trainierst mit jungen Leuten, du bleibst jung. Füßig und psychisch. Kommen wir auf deine Schauspielerkarriere. Die Anfänger hast du ja vorhin mal erklärt. Man hat, ja gerne, klar, da wurde jemand gesucht, du hast dich beworben, du wurdest genommen, warst offenbar auch nicht ganz schlecht, sonst hätte man dich nicht weiterempfohlen. Aber unterm Strich musstest du ja immer die Schurken, die Schufte spielen, meist, wie du vorhin auch angedeutet hast, asiatischer Herkunft. Hättest du nicht gerne mal in einem humoristischen Film mitgespielt, wo du eine positive Rolle hast, eine sympathische Person sein darfst. Nee. Aber du bist doch gar kein so böser Mensch eigentlich. Bin ja auch schon. Aber wenn die Rollen, wenn der Drehbuch kommt, sagt, so, ich habe gesagt, Jackie Wong, du bist engagiert für das und das, dann spiele ich das. Das Geld ist für mich da in dem Moment sekundär. Für mich springen wir, ich darf vor der Kamera stehen. So wie ich jetzt auch. Ja. Vor der Kamera stehen. Und da bin ich in der Rampensau, auf Deutsch gesagt. Und ich spiele gerne. Ob es Böserich ist oder zum Beispiel als Karatelehrer, der Bulle von Tölz. Da war so der Rosen, der Rosen, irgendwas mit Rosen war der Titel, da haben die Frauenmorde. Immer wenn eine Frau ermordet wurde, war eine Rose da gelegen. Und da waren alle verdächtig, sogar der Otti. Mit dem habe ich heute immer noch Verbindung. Der Otti Fischer, ne? Ja. Und da haben die mich arrangiert, haben sie gesagt, das kommt aus Heidelberg, der Jackie Wong, wo der Unterricht ist von Bruce Lee, haben sie so gesagt. Ich wurde immer, in allen Filmen, haben die mal meinen eigenen Namen genommen. Ja, also Jackie, immer Jackie, immer Jackie. Ich glaube, welcher Film das war. Das war ich auch ganz gut. Marienhof, als Trainer, da war ich auch ein guter Netter, oder? Als Trainer. Also kein Bösen. Hat ja gepasst, ja. Bei der Strahlung von Linden, diese Mafia da, da war ich ganz Böser. Die haben sich ganz dicke Narbe reingemacht. Und bei der Fahnder war ich ein Böse auch. Also die war ich ein Bösen. Und ich spiele das gern. Ist das so ein Naheliegend, wenn man sagt, okay, Bodybuilder, der steht auch auf einer Bühne. Er muss sich ja auch präsentieren. Er muss zwar nichts dabei reden, aber er muss den Körper präsentieren, sich präsentieren. Ist ja dann kein großer Sprung mehr hin zu einem Film, wo man vor Publikum, dass dann meistens die Kameraleute sind. Ist das schwer gewesen? Nein, ne? Nein, also wenn du voll Kamerastehst, dann bist du voll in dem Trance drin. Guck mal, Terminator, Schwarzenegger, wie viel hat der da gesprochen? Im ersten einen Satz. Siehst du? Fuck you, asshole. Oder? Ja, oder Ding. I'll be back. I'll be back, ja. Im Prinzip, du stellst dir was da. Und ob du viel redest, nicht viel redest, das ist gefragt. Und du sagst, Schurken spielst, egal ob das James-Bone-Filme sind, der Schurke da und da, der spricht auch nicht viel. Der wird gehasst. Der wird immer sagen, ah, den können wir erwürgen. Und der Gute ist, zum Schluss, er bleibt deinem Leben und der Schurke stirbt deinem. Und in dem Film ist schon so viel gestorben. Ja, tatsächlich. Gibt es auch schöne Tode, die man da erlangt? Also ich wurde einmal Kopfschuss. Da wussten sie nicht genau, das war von Straßenbahn, Berlin. Da wussten sie sich, in der Toilette haben die mich erschossen. Da haben sie gesagt, was soll man jetzt da hin, an die Wand. Das Gehirn muss raus, ne? Und da haben wir mittags gerade gegessen, Vanille-Pudding. Und da hast du dir, äh... Nimm den Vanille-Pudding. Also mach Vanille-Pudding mal Blut rein. Ja, genau. Und schmeiß das da an die Wand. Und dann mein Gehirn, das sieht man vor dem auch. Das kann man vielleicht mal einblenden. Und das Gehirn an der Wand abspritzen dann. So, das war einer. Hast du noch mehr Tode? Dann habe ich gespielt, ja, bei Redocrat wurde er erschossen von einem anderen Terroristen. Bei Alarm für Cobra 11 vor kurzem wurde er erschossen von eigenen Leuten. Also ich wurde schon viel erschossen. Also ich durfte gar nicht hier sitzen heute. Ne, eigentlich nicht. Aber dafür bist du recht lebendig, muss man sagen, da auf unserem Stühlchen. Lass uns ein bisschen über Hongkong sprechen. Haben Sie ja vorhin angedeutet. Ich war selbst, zur Zeit, als es noch Englisch war, in Hongkong, fand es eine faszinierende Metropole. Wie Singapur sicherlich auch. Jetzt hat es sich ja doch gewandelt zum Negativen sicherlich hin. Wann warst du das letzte Mal dort und wie erlebst du deine Heimatstadt heute? Vor drei Jahren war ich dort. Und da war ich aber nicht lange dort, sondern fast knappe Woche. Und die Leute sind schon anders geworden als zuvor davor. Davor 1997 übernommen wurde. Juli, erst Juli. Die haben schon ein bisschen Angst aus dieser Sagen. Das ist so ähnlich wie dieser Stasi-Zeit damals. Da hat man immer Angst, das zu sagen. Und dann kommt am nächsten Tag, wird dann bis weg vom Fenster. Also sie trauen sich schon nicht mehr so frei zu reden. Deswegen haben wir auch diese Demonstrationen stattgefunden. Mit zwei Millionen Menschen auf der Straße. Und da hat die Reiniger Zeitung mich angesprochen, was ich dazu meine. Und ich habe gesagt, das bringt nichts, weil es ist David gegen Poli. Bringt nichts. Also Kommunisten, die sind so. Unsere Folge sind nur so. Ich komme gegen die nicht an. Was haben die gemacht? Militäre geschickt. Und sofort hat es aufgehört. Aber hast du noch Freunde, Verwandte in Hongkong tatsächlich? Was berichten die dir denn? Die berichten nicht viel. Die schreiben nur bei WhatsApp oder über Face. Die sind so im Alltag drin. Die erzählen da nicht viel rum. Wie gesagt, die haben wirklich Befürchtung. Was ich jetzt sagen. Weil kann ja alles abgehört werden. Ja. Das heißt, diese demokratische Stadt, diese liberale Stadt verschwindet mehr und mehr in chinesischer Hand. Und wird von China aus komplett gelenkt, geleitet. Und auch gefesselt, wenn wir so sind, oder? Obwohl die damals gesagt haben, das wird nicht so geschehen. Das wird so bleiben. Aber die Kommunisten, das sind Politiker. Das ist wie diese Falle mit diesem Covid auch. Dieser Lockdown. Die Politiker, die wechseln ihre Regeln wie Babys, die rundherum windeln. Hü und Hott, Hü und Hott. Heute ist so, morgen kommt es wieder anders. Ja. Und es ist kein Gescheiter dabei, der was macht. Und die Kommunisten, die wissen was zu tun. Die machen das nur langsam. Ja. Die machen das nicht so langsam. Ja. Jackie, jetzt lebst du so viele Jahre schon in Heidelberg, wie wir gehört haben. Die Eltern mit chinesischem Restaurant. Du hast 37 Jahre ein eigenes Studio gehabt. Ist die Region, die Kurpfalz damit deine Heimat geworden? Oder steckt noch ein Stück Hongkong-Chinese in dir drin? Wenn ich hier bin, ist es meine Heimat. Ich bin ja hier groß geworden. Und wenn ich in Hongkong bin, dann fühle ich mich schon einheimisch. Aber ich komme dann wiederum Heimweh. Dann merkt man schon, dass es jetzt doch hier die Wurzeln sind. Obwohl, man sagt ja mal, back to the roots. Aber Hongkong, wenn ich dort bin, länger als ich leben würde, dann ist es für mich einfacher, weil ich die auch die Sprache spreche und mit Leuten besser kommunizieren kann. Aber wenn ich hier bin, bin ich hier. Ja. Also Heidelberg, im Prinzip umgeben, Kurpfalz ist meine Heimat. Da habe ich schon ein paar Sachen gesagt, was ich gerne empfinde hier in Heidelberg. Das ist schön einfach. Was empfindest du denn in Heidelberg? Heidelberg ist eine sehr schöne Stadt. Eine sehr schöne Studierendenstadt. Ich bin jetzt ganzen Touristen da auch. Ist sehr schön. Sehr schöne Fitnessstudios wie Vizenmaier und Venice Beach. Ja. Also was will man mehr als Sportler? Ja, so kann man es stehen lassen. Wenn ich dich vor die Wahl stelle, Pekingente oder ein Saumagen von hier, was ziehst du vor? Ja, dann lieber Pekingente anstatt dieser Saumagen von Helmut Hohl. Weil? Das Saumagen ist so fettig. Pekingente ist zwar auch fettig, aber das Genuss da. Ja, wollte ich gerade sagen. Gigant. Aber durchaus die Kulinarik, die es hier gibt in der Region, die spricht dich nicht an, oder doch? Ich esse schon, ja. Ich esse auch Bratkartoffeln und Schnitzel. Ich esse es schon. Ja. Aber es ist so, als Sportler hast du immer so gelernt, gewisse Dinge im Maße sollen. Ja. Ich kann jeden Tag Sauerbraten essen oder diese Schweinerschlüssel, oder so sagen. Ja. Aber der Vernunft sagt doch etwas anderes an. Du sagst, wenn du das isst, es macht träge. Ja, das stimmt. So viel Fett macht träge. Fleisch generell. Aber gut. Fett macht träge einfach, ja. Und so viel Zucker gibt Gelenkverschleiß. Okay. Dann haben wir mal Sport noch. Was ist denn das optimale Menü für dich, wenn wir jetzt schon beim Thema Essen sind? Ich alleine oder mit dir? Wir beide zusammen. Wir beide. Da essen wir zum Beispiel je nachdem, welche Tageszeit. Dann haben wir es Mittagessen. Mittagessen. Dann würde ich dir empfehlen zum Beispiel, entweder Fisch, viel Eiweiß, Omega-3, Hühnerhähnchenbrust, Tumfisch kann man essen, Gemüse, Salat, Kartoffeln auch, aber gekochte Kartoffeln. Ohne Rahmen. Ja. Die Haut kannst du mitessen, weil unter der Haut ist Vitamin C12 dabei. Du kannst ruhig mit so reinbeißen und mitessen. Und das würde ich empfehlen. Das heißt, das liegt bei dir nicht im schweren Magen. Und du hast Kohlenhydrate dabei, Eiweiß und Vitamine. Und das behält dich gesund. Du bist 68, wie jetzt mehrfach erwähnt. Siehst nicht aus wie 68. Das haben wir jetzt auch schon betont. Was kommt denn jetzt noch, Jackie? Sowohl was die Schauspielkarriere angeht, als auch was jetzt die sportlichen Ambitionen angeht. Ich habe zwei Sachen. Wünsche vor. Ja. Einmal, dass mich endlich 0,07 James Bond mich einlässt als Bösewicht. Okay, das ist eine Herausforderung. Das ist ein Wunsch. Zweidens. Darf man haben. Habe ich vor, nur vor, ich weiß nicht, wie das läuft, die ganze Lockdown-Geschichte und Covid, ab 70 irgendwann, wenn ich 70 allgewohnt bin, ab 70 nochmal auf die Bühne zu gehen. Auf die Bodybuilder-Bühne. Okay. Das habe ich vor. Aber man weiß, ich wollte ja 2019 schon, der Stefan weiß es auch, als ich das Studio abgekauft habe, wollte ich schon nach Thailand gehen. Und dann kam ja Covid dran. Dann konnte ich nicht weg. Einreißen mit Bösewicht hier und so weiter. Jetzt muss ich warten einfach. Aber das erste Rad Vorrang. 0,07. Das wäre für mich ein Wunsch. Das sagt der SWR 3, waren auch bei mir die Dreharbeiten dabei, bei der Fahnder, haben mich auch gefragt, was ist dein Wunsch? Ich habe gesagt, bei 0,07 in Bösewicht spielen. Da kam es leider nichts. Also ich kann dir eines sagen und damit darf ich diesen wunderbaren Gespräch mit dir auch beenden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was du gesagt hast, was du ab 70 machen willst, das wird dir gelingen. Bei dem anderen sehe ich gewisse Schwierigkeiten. Aber trotzdem drücke ich dir alle Daumen, die ich habe, dass es trotzdem klappt. Mach weiter so, bleib weiter fit und herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. So, das war jetzt, glaube ich, keine Ahnung, der 25. Podcast, den wir gemacht haben. War wunderbar mit dir. Die anderen Podcasts gibt es übrigens auch zu sehen unter app.kurpfalzerleben.de. Dann auch demnächst steht da deiner drin mit dir von heute. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Riesko. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020